Nun kommt der Heiden-Heiland, der Jungfrauenkind erkannt, dass sich Wunder alle hält, Gott solch Geburt ihm bestellt. Wir sind das Männerquartett Subkultur. Ja, nun komm der Heiden-Heiland. Für mich war das immer erst, nun kommt der Heiden-Heiland und es war eine Erkenntnis. Nein, es ist eine Sehnsucht. Nun komm, komm endlich. Das hat mir das Lied sehr wertvoll gemacht. Und dann habe ich im alten Text gelesen, dass es ja ein ganzes Glaubensbekenntnis ist und ein ganzes Lob und das finde ich schön. Und auch wenn wir Subkultur sind und nicht Hochkultur, wir glauben, wir kennen das und wir auch. Amen. Amen. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Adventszeit. Lob sei Gott, dem heilen Geist, immer und in Ewigkeit. Lob sei Gott, dem heilen Geist, immer und in Ewigkeit. Lob sei Gott, dem heilen Geist, immer und in Ewigkeit. Lob sei Gott, dem heilen Geist, immer und in Ewigkeit. Lob sei Gott, dem heilen Geist, immer und in Ewigkeit. Lob sei Gott, dem heilen Geist, immer und in Ewigkeit.